Hallöchen Freunde, willkommen zurück bei Mario Kart oder Mario Tour. Wie heißt das jetzt eigentlich? Steht das hier irgendwo? Ich glaube Mario Tour oder so, ne? Scheißegal. Ah, doch, Mario Tour, da steht's doch. Ähm, so, Ronader, Wächter. Okay, heute machen wir Rennen weiter Gleiter. Das machen wir, um das hier zu Ende zu kriegen. Und dann würde ich sagen, äh, Regenbogen Boulevard 1 und Varios Galeonen Wrack X. Das heißt, Leute, wir sehen uns gleich im Rennen wieder. So, es regnet ein bisschen, da sind wir auch wieder. Ich bin der Meinung, wenn es regnet, ist es auch glatt. Also generell auf jeden Fall, ja. Aber ich glaube auch hier bei Mario Kart. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Schlagt mich, wenn es anders ist. Okay, okay. Das ist für uns jetzt eh unwichtig, weil... Oh, nein! Ah, genau. Ah, okay. Das war's schon. Die blaue Münze haben wir leider verpasst. Vielleicht machen wir das Rennen nochmal. Mal sehen. Gut, dann müssen wir jetzt mal eben durch hier. Auch haben wir geschafft. Alles easy. Oh, komm, weiter. Cup abgeschlossen. Auf jeden Fall. Super. Haben wir gut gemacht. So, auf zum nächsten Regenbogenstrecke. Wir sehen uns gleich. Weiter geht's. Die Strecke ist gar nichts für schwache Nerven. Ich erinnere mich noch an die. Ich bin der Meinung, die war echt nicht leicht. Wir werden sehen. So. Ein, zwei, drei. Auf geht's. Ja, woi. Genau, äh, 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 okay. Sieht aber ganz gut aus für uns. Banane. Ohne rüber, da. Mega nice gemacht. Also die Strecken sind nice gemacht. Die Grafik ist geil. Ich bin schon ein Fan von dem Spiel. Hä? Wo kamen Sie denn jetzt her? Wollen Sie mich verraschen? Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Na, dafür sehe ich die Münzen. Äh, wo kamen Sie denn da jetzt eben her? Das war ja auch nochmal. So. Exzellent. Münze. Münze. Okay. Das gab aber ordentlich Punkte. Zack. Hier auch nochmal. So. Platz 1. So. Schön Gas geben. Oha, oha. Oh. Knappig. Zack. Mün, äh, Münze. Münze auch, aber Banane. Banane. So. Gucken, ob das jetzt auch wieder so kommt, dass die sich irgendwie zwischenschummelt. Könnte man eigentlich auch da links jetzt einfach zum Ziel? Das wäre jetzt nice gewesen, ne? Scheiße, hab ich zu spät. Na ja. Oh, mal 5. Mario. Ja, wieder genau hier. Ah. Hahaha. Nicht mit uns, Prinzessin. Prima. Super. Exzellent. Mega gut. Okay. So. 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 Nochmal schön reinges... Reingeskleidet, wollte ich sagen. Das Wort gibt's gar nicht. So. Wir sehen uns gleich. Da sind wir bei den 3DS Vario Galeonen Wrack X. Super Kalifragalistik. XP allergetisch wahrscheinlich. So. So, kriegen wir auch hier den Sieg. 1259 Punkte einfach so. Und schönen Start hingelegt, sauber. Das war jetzt irgendwie schlecht. Warum haben wir gelenkt? Man kann auch übrigens lenken mit seinem Handy. Also, wenn man das Handy kippt, kann man einstellen. Fand ich jetzt aber nie so geil. Ganz ehrlich. Hat sich jemanden gehittet? Ich weiß es nicht. Aber jetzt werde ich auf jeden Fall gehittet. Und ich krieg alles auf einmal ab. Von Charlene und Tier. Na, Juni, Na, Tattoo oder wie du heißt. Oder weg da. So. Ich sag, weg mit mir rüber. Und rüber da. Sehr schön. Ne, da hab ich mich verlängt. Aber egal, ob jetzt hier oder da. Ist sie egal. So. Sieht das schon mal wieder ganz gut aus. Wo ist unsere Bananen? Habe ich die abgeworfen? Ich hab keine Ahnung. Naja, gut. Haben wir sie wohl verloren. Ne, wir haben sie noch. Zack. Erster Platz noch. Alles klar. Ne, komm jetzt. Digga. Mach nicht so. Du bist richtig mies, Alter. Wie mies kann man sein? Ne. Nicht gut. So ein Wort, Alter. Ich seh gerade schon. Weg mit dir. Banane weg. Zack. Zack. Kurz vor Ende kriecht er diesen Blitz ab, ne? Nix gut. Finde ich nicht gut, Freunde. So spielen die mit mir, weißt du? Was ist hier unten? Können wir nicht hin. Gehen da zwei Items. Okay, den grünen Panzer behalten wir jetzt hinter uns. Den schießen wir nicht ab. Für den Fall der Fälle, dass auch jemand auf die Idee kommt, uns so einen schönen roten Panzer in den Nacken zu jagen, ne? Wollen wir ja nicht. Okay, man hat gar keinen Plan, wo man hier gerade ist. Unter Wasser, über Wasser. Gefühl, dass man überall... Okay. Banane ist unser Safe hier. Und schnell. Ja, das sieht gut aus. Jawoll, Leute. Mega nice. Wir sehen uns gleich. So. Da sind wir auch schon. Erster Platz. Mega gut. Ähm. Wasser da... Ja, alles klar. Danke, Spiel. Überspringen das einfach. Genau. So. Ja, wieder vier Sterne. Unser Standard-Ding, so wie es aussieht. Wir haben wieder Geschenke, Freunde. Geschenke. Was gibt es denn tolles? Aha. Eine Fahrzeug-Punkte-Karte, einen tollen Gleiter, Pilzkopf-Gleiter und ein Schenker. Bergenflieger. Cool. Cool, 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 cool. Äh, haha. Ja, ja. Nein, nein. Nicht mit uns. Äh, was gibt es denn ganz oben? Warte mal, wo war das goldene Kart? Hier. Naja, aber auch nur Gold passen, ne? Ne, da bin ich raus dann. Ja, Freunde. Ich würde sagen, das war die nächste Folge jetzt gewesen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Ich finde es eigentlich mega geil. Bin mal auf eure Meinung gespannt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, ne? Haut rein!